Erst weht ein laues Lüftchen, die Hühner werden nervös, dann eine steife Brise als Vorbote für das, was sich am Himmel zusammenbraut. Ja, in einem solchen Gewitterkuss sind wir auch geraten auf unserer Anreise hierher. Da saßen wir aber hinten auf dem Pickup und hatten nicht die Möglichkeit, unter einem Dach zu schlucken. Wenn hier so ein Nassau herunterkommt, dann dauert es nur noch Minuten, da verwandelt sich die Straße in einen See. Gullis gibt es ja hier nicht. Na ja, bei den Betonstraßen, da mag es ja noch gehen, aber die unbepestigten Seitenstraßen, die weichen im Nu auf, die werden dann glitschig wie Schmierseife. Ich bin jetzt hier bei uns auf der Terrasse und habe so meine Befürchtungen. Da haben nämlich in der Dachkehle die Vögel ihre Nester gebaut und da staut sich das Wasser zurück und bringt dann ins Dach ein. Als ich das letzte Mal hier war, habe ich schon mal die ganzen Vogelnester aus der Dachkehle entfernt, aber inzwischen sind da ja schon wieder neue. Ja und von meinen Leuten hier, da kümmert sich ja niemand drum. Eieieiei, da ist es schon passiert. Da hat sich so viel Wasser in der Unterdecke gestaut, dass eine halbe Platte runtergebrochen ist. Da sieht man es ja, halbe Vogelnest liegt ja auch mit dabei. Aber was sage ich denn? Maipenlei, Maipenlei, macht nicht, macht nicht. Ja, wenn man ein Haus hat, dann muss man sich auch drum kümmern, sonst verfällt es eben auch ganz schnell wieder. Die Tais sind ja von Natur aus relativ unbekümmert und nehmen alles nicht so schwer. Da hocken sie unterm Dach und spielen Karten. Wo sie allerdings nicht so unbekümmert mit umgehen, das ist Blitz und Donner. Es ist immer noch die Meinung hier verbreitet, dass man Armbanduhren und sonstige metallische Gegenstände vom Körper ablegen sollte während des Gewitters. Nun, es kommt hier aber auch immer wieder vor, dass Bauern auf dem Reisfeld vom Blitz getroffen werden. Ja, der Natur tut das Wasser natürlich sehr gut. Es war in der Vergangenheit jetzt wieder sehr trocken und da ist so ein Regen natürlich willkommen. Der Ententeich auf unserem Bauernhof am Rande des Dorfes, der liegt auch derzeit trocken. Und für die Landwirtschaft wird es allerhöchste Zeit, dass es wieder mal öfter regnet. Nun, im Moment scheint der erste große Schub vorbei zu sein und der Schauer nachzulassen. Jaja, hier geht es immer noch lustig zur Sache beim Kartenspielen. Und hier sehen wir jetzt mal eine Thailand-typische Regenwasser-Auffanganlage. Das Regenwasser ist ja hier unser Trinkwasser, aber wenn genug da ist, wird es natürlich auch zum Waschen verwendet. Ja, heute am dritten Sonkranfeiertag macht das Wasserfest seinem Namen alle Ehre. Macht aber nichts, es war ja lange genug trocken und den Pflanzen tut es gut und meine Sippe weiß sich ja zu beschäftigen bei so einem Wetter. Glücksspiel ist ja offiziell in Thailand verboten. Aber während der Sonkranfeiertage wird dieses Gesetz inoffiziell außer Kraft gesetzt. In der Praxis sieht das dann so aus, dass die Polizei während dieser drei Tage einfach mal wegschaut. Und das wird selbstverständlich gnadenlos ausgenutzt. Na ja, diese Spiele hier jetzt, die sind eher so schöschöy, also nur so zum Spaß. Hier ist der kleine Brandstifter, der uns auf Balkonien beinahe die ganze Bude abgefackelt hat. Jetzt spielt er im Wasser. Das ist mir wesentlich lieber, als wenn er mit Feuerzeugen umhergurgelt. Na ja, weil seine Mutter, die passt aber auch nicht richtig auf auf ihre Kinder. So vertreiben die sich halt ihre Zeit mit Kartenspielen. Und weil ich aber kein Kartenspieler bin, will ich immer mit der Videokamera die Kinder beobachten und will mal sehen, was da dabei rauskommt. So vertreiben die Kinder. Oh, das ist der kleine Konstellierte. Das ist ein Shorten, wie man sieht. So, jetzt habe ich das eine neue Krimine ausgerichtet. So, jetzt sage ich, wo bin ich. So, jetzt kümmern die Kinder warständige Kinder, die Kinder, die Kinder, die Kinder. So, jetzt muss ich gerne rauskommt. So, jetzt sind die Kinder. So, jetzt-mal schon wieder. So, jetzt bin ich nach euch, stöschen. So, jetzt bin ich die Kinder die Kinder. Musik 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 Oh, das ist toll. Ja, ich bin so schön, ich bin so schön. Musik 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 Bei unserem Nachbarn gegenüber ist heute eine Geburtstagsfeier im Gange Ja, Joyce Tochter Jane ist heute 16 Jahre alt geworden und da ist so ein bisschen Jugendtreff auf der Ecke hier. Da haben sie ja Glück, dass der Gewitterschauer heute Nachmittag schon runtergekommen ist, sonst wäre es nicht so schön zum Feiern gewesen. Naja, es ist aber immer was los bei uns im Dorf, insbesondere bei uns auf der Ecke hier, Ecke 89. Mit dem Videofilmen, das geht nachts nicht so gut, aber ich wollte auch nur mal einen allgemeinen Eindruck einfangen, wie es so ist hier. Von der Stimmung, von der Musik und vom Umfeld. Das ist ja hier von meinem Schlafzimmerfenster ausgefilmt, da brauche ich mich noch nicht zur Ruhe zu begeben, solange die noch feiern hier. Ja, aber lassen wir der Jugend ihren Spaß. Von mir aus können sie die ganze Nacht durchmachen. Ich habe da überhaupt kein Problem mit. Aber mit Videoaufnahmen werde ich es für heute erst mal genug sein lassen. Obwohl, dass ich schon auf Nachtmodus umgestellt habe, wird nicht mehr allzu viel zu erkennen sein, hier auf den Bildern. Ich bin ja auch nur mit etwas schon veralteter Amateurfilmtechnik ausgestattet. Abonnieren!